Schon im Sommer 2017 fällt der Startschuss für den neuen X3, der bereits auf die neue, modulare CLAR, kurz CLAR-Plattform wechselt. CLAR verspricht neben deutlichen Kostenvorteilen auch mehr Effizienz dank Leichtbau und sparsamere Antriebe. Im Gegensatz zum X4 soll der nächste X3 ab Ende 2019 als Plug-in-Hybrid vom Band rollen. Mit 220 PS und 385 Newtonmetern dürfte der Doppelherz X3 die Grenze von 50 Gramm CO2 pro Kilometer locker unterschreiten. Vollgetankt und mit vollen Akkus darf man mit einer Reichweite von 550 Kilometern rechnen. Ebenfalls neu sind die Modelle X3M und X4M mit dem 431 PS starken 3-Liter-Sechszylinder aus dem bekannten M3-M4-Paket.